Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Ich fange auch gleich mal mit der schlechten an, dann haben wir es hinter uns. Und zwar hatte ich eine kurze, aber heftige Liaison. Und gerade befinden wir uns in der Trennungsphase. Freitag schmeiße ich sie dann endgültig vor die Tür. Und zwar meine Weißhalszähne. Autsch. Tja, das hat eigentlich nicht wirklich was mit euch zu tun. Aber das bedeutet, dass ich nach der Operation erstmal keine Videos machen kann. Im schlimmsten Falle sehe ich nämlich aus, als wäre ich vor einen Lastwagen gelaufen. Und da möchte ich mich ungern vor die Kamera stellen. Das heißt, diesen Sonntag und den Mittwoch gibt es auf jeden Fall kein Video von mir. Den Sonntag da drauf versuche ich wieder eins zu machen. Aber je nachdem, wie schlimm ich aussehe, weiß ich nicht, ob das bis dahin alles wieder verheilt ist. Und dann werden wir sehen. Ich werde dazu nochmal auf meiner Facebook-Seite und bei Twitter was sagen. Also, das kriegt ihr schon mit. Ja, soviel also zu meiner schlechten Nachricht. Ich komme jetzt auch gleich deswegen mal zur Guten. Ihr könnt es vermutlich schon sehen, hier stehen drei Bücher. Und zwar dreimal Asche und Phoenix von Kai Meier. Und das Tolle ist, die Bücher sind auch noch signiert. Tja, was mache ich mit drei Exemplaren von Asche und Phoenix? Ich weiß nicht. Mein Regal ist so voll. Ich habe keine Ahnung, was ich damit tun soll. Richtig, ich verschenke sie an euch. Und ich hoffe doch stark, dass euch Kai Meier etwas sagt. Vielleicht kennt ihr ja schon, Moment, gut vorbereitet wie immer, die Arkadien-Reihe von ihm. Die Bücher haben mich damals unheimlich begeistert, als sie rausgekommen sind. Da habe ich die sofort gelesen. Und es waren auch meine ersten Bücher, die ich von Kai Meier gelesen habe. Ich muss sagen, sein Schreibstil ist unheimlich spannend, mitreißend. In den Büchern ist immer auch ein bisschen auch Romantik. Aber was besonders ist, er hat ganz tolle kreative Ideen, die sich von der Masse irgendwie abheben. Was er schreibt, ist immer ein bisschen anders als der Rest. Und deshalb habe ich mich auch so unheimlich auf Asche und Phoenix gefreut, sein neues Buch, was jetzt gestern erschienen ist. Und das möchte ich ja gerne mit euch teilen. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal kurz Danke an Kai Meier, an den Carlsen Verlag und an Carla sagen, die das überhaupt möglich gemacht haben, dass hier diese drei Bücher für euch sind. Deshalb erzähle ich euch einmal kurz etwas zu dem Buch, falls ihr noch nicht davon gehört habt. Es geht hier um Asche und Phoenix. Das sind zwei Leute. Und zwar, Ash ist ein Mädchen, die wie eine Unsichtbare in der Gesellschaft lebt. Sie versteckt sich eher, sie hat Angst, mittelmäßig zu sein und irgendwie unterzugehen. Und deshalb führt sie ein zurückgezogenes Leben. Und ganz anders ist da Phoenix, der eigentlich Parker heißt. Phoenix ist die Rolle, die er in den Filmen spielt, denn er ist Schauspieler. Und zwar ein sehr junger, erfolgreicher Schauspieler. Es gibt einen Riesenrummel um ihn, er ist unheimlich bekannt und beliebt. Und irgendwie nervt ihn das schon alles. Dieser ganze Rummel um seine Persönlichkeit, das findet er nicht besonders toll. Nun, er trifft auf Ash und zwar, als sie in seine Wohnung einbricht, um Geld zu klauen. Und da sie ja, wie gesagt, ein bisschen sich umhertreibt, untertaucht, nimmt er die Chance wahr und flüchtet mit ihr zusammen. Die beiden verschlägt es an die Côte d'Azur an Frankreichs Küste. Und was ja erstmal ziemlich gemütlich und nach einem schönen Urlaub klingt, ist natürlich nicht so. Das wäre ja ein bisschen langweilig. Denn die beiden werden von einer mysteriösen Macht verfolgt und werden ganz schnell zu Gejagten. Soviel also zu einem gemütlichen Urlaub an der Côte d'Azur. Ihr seht, die Bücher klingen schon jetzt ziemlich spannend. Ich bin auch, ich habe es noch nicht gelesen, sehr gespannt drauf. Ich freue mich schon richtig drauf. Und ich hoffe ja, ihr freut euch genauso drauf, denn dann könnt ihr jetzt einfach mal bei dem Gewinnspiel mitmachen. Die Bedingungen stehen wie immer unten in der Infobox, genauso wie noch nähere Informationen zum Buch. Und ansonsten könnt ihr einfach einen Kommentar unter dieses Video oder auf meinem Blog, wo es noch einen Eintrag dazu geben wird, hinterlassen. Ich sage mal, bis zum 6. Dezember, also bis zum Nikolaustag habt ihr Zeit. Und in meinem nächsten Video werde ich dann einfach die drei Gewinner nennen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich drücke die Daumen, denn ich freue mich schon wahnsinnig auf das Buch und ich hoffe, es geht euch genauso. Also wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video, was hoffentlich bald kommt, wenn meine Backe wieder ein bisschen geschrumpft ist nach der OP. Und macht's gut!